Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Für 2022 Überschuss von 2,1 Milliarden Euro erwartet. Rentenversicherung mit Überschuss, groteske Realitätsverweigerung. Die Rentenversicherung will dieses Jahr 2,1 Milliarden Euro Überschuss erwirtschaften. Kein Wort zum tatsächlich deutlich defizitären System. Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland erwartet laut jüngster Aussage ihrer Chefin Anja Piel für das Jahr 2022 einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Mit 356,8 Milliarden Euro Einnahmen überschreitet man also voraussichtlich die Ausgaben in Höhe von 354,7 Milliarden Euro. Letzte Woche fand die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung statt. Weder in der offiziellen Mitteilung noch in der Rede von Anja Piel wird der Bundeszuschuss zur Rentenkasse erwähnt. Alleine in 2021 musste der Bundeshaushalt aus Steuermitteln 78 Milliarden Euro an die Rentenversicherung überweisen, damit die überhaupt ihren Verpflichtungen nachkommen konnte. Rentenversicherung mit Überschuss, kein Wort über gigantischen Bundeszuschuss. Dass Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung auch nicht annähernd in einem Gleichgewicht sind, kein Wort dazu von Anja Piel. Dass ohne den Bundeszuschuss entweder die Beiträge dramatisch steigen müssten, die Rentenzahlungen dramatisch sinken müssten oder beides gleichzeitig, kein Wort dazu. Stattdessen wird heile Welt gespielt. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir den 20-seitigen Redetext von Anja Piel durchzulesen. Es ist quasi der Erguss eines gesunden Rentensystems. Zwar gäbe es hier und da Problemchen, aber die Rentenversicherung sei ja anpassungsfähig und könne Probleme bewältigen. Und die Zahlen sehen ja super aus. So kann man ihre Aussagen zusammenfassen. Dass das System in Wirklichkeit schon seit Jahren kaputt ist und nur durch de facto Notzuschüsse vom Steuerzahler am Leben erhalten wird, darüber spricht man in so einer Veröffentlichung noch nicht mal am Rande. Der Bundeszuschuss wird einfach als Teil der Einnahmen gesehen und nicht separat erwähnt. Ein Skandal. Aber gut, sie muss dieses Spiel wohl spielen im Sinne der Bundespolitik in Berlin, die heile Welt machen möchte für die Öffentlichkeit. Hier der wichtigste Abschnitt des Statements der Deutschen Rentenversicherung vom letzten Freitag. Zitat. Die Deutsche Rentenversicherung wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Plus von 2,1 Milliarden Euro abschließen, sagte Anja Piel, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, bei der heutigen Sitzung der Bundesvertreterversammlung in Berlin. Im Jahr 2022 stünden bei der Rentenversicherung nach den Vorausberechnungen 354,7 Milliarden Euro an Ausgaben, Einnahmen in Höhe von 356,8 Milliarden Euro gegenüber. Zitat Ende. Wie gesagt, wie viel von den Einnahmen in 2022 aus dem Bundeszuschuss stammen, wird nicht separat erwähnt. Aber auch für 2022 dürfte dies eine gewaltige Summe sein. Durch Nicht-Erwähnung des Bundeszuschusses suggeriert man dem Leser dieser Prognose, dass die Rentenversicherung stabil aufgestellt ist, dass nämlich die Einnahmen so hoch sind, dass sie die Ausgaben abdecken. Wäre man ehrlich, würde man bei Einnahmen nur die Einnahmen aus Rentenbeitragszahlungen erwähnen und separat eine Zahl für den Bundeszuschuss. Das wäre ehrlich. Und wäre man ehrlich und transparent, würde man nicht von einem Jahresüberschuss sprechen, sondern von einem großen, realen Defizit, das durch einen massiven Bundeszuschuss ausgeglichen wird. Hier haben wir aus der Rede von Anja Piel einzelne kurze Ausschnitte abgedruckt. Zitat Aktuell verzeichnen wir mit 18,6% den geringsten Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung seit einem Vierteljahrhundert. Und in diesem Zeitraum schwankte der Beitragssatz fast ausschließlich in einem schmalen Intervall von ca. 18 und 20%. Ein, wie ich finde, erstaunliches Maß an Stabilität. Die gesetzliche Rentenversicherung liegt vor unseren Füßen. Sie ist, zusammen mit ihrer Verwaltung, ein stabiles Fundament. Und sie kann in wesentlichen Lebensbereichen die Unsicherheit der Menschen verringern. Sie wird auch in den kommenden Jahrzehnten, wie dies heute der Fall ist, dazu beitragen, das individuelle Risiko zu mindern, im Alter arm zu sein. Und sie bietet durch ihre gesetzlichen Regelungen zur Anpassung der Renten einen vergleichsweise guten Schutz vor Inflation und Kaufkraftverlusten. Die gesetzliche Rentenversicherung ist insofern tatsächlich ein Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten. Das zeigt, bei allen akuten Problemen und Krisen sollten wir nie die Anpassungsfähigkeit der Systeme aus den Augen verlieren. Sie ist die Basis für eine stabile Entwicklung. Mit Blick auf die Organisation der Alterssicherung ist uns dies bisher gelungen. Zitat Ende. Lindner mit Aktienrente Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jüngst dem Börsenexperten Markus Koch ein Interview gegeben zum Thema Aktienrente. Es ist, so merkt man es, bei den Koalitionspartnern Grüne und SPD schwierig, dieses Thema in einem nennenswerten Umfang gestartet zu bekommen. Erste Schritte in diese Richtung weg vom aktuellen kaputten System sind mehr als mühsam. Die Struktur der Rentenversicherung, so wie sie jetzt ist, bleibt weiterhin bestehen, ohne Aussicht auf Änderung.